Im Moment liegt die Zukunft der Menschheit an den und vor allem auch nachfolgenden Eltern. Ja, guten Abend allesamt. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, wobei bei der Thematik kann man nicht zahlreich genug erscheinen. Schön, dass auch der heutige Autor das sonnige Italien für uns verlassen hat. Ja, aber jetzt mal beiseite diese ganzen Eingangsfloskeln. Schließlich darf ich heute einen großartigen Denker begrüßen, der keine großen Ausschweifungen braucht bei dieser Thematik. Er nennt das Kind bei Namen buchstäblich. Das ist heute Programm tatsächlich. Der Bestsellerautor von Kindheit 6.7 ist nicht nur Historiker, der sich sehr früh der Totalitarismusforschung angenommen hat, sondern darüber hinaus auch noch Kindheitsforscher ist. Ja, für mich war Kindheitsforschung auch bis jetzt nicht vertraut, nicht geläufig als Forschungsgebiet, womit es ja auch eine Bewandtnis hat, denn der Blick in unsere Gesellschaft für reale und naturgegebene Bedürfnisse von Kindern ist fast verloren gegangen, so Herr Hüther. Kindheit 6.7 ist in der Tat ein kanonisches Werk, was sich wirklich Manifest nennen darf, was nicht nur Pflichtlektüre für Eltern und Lehrer sein sollte, sondern auch tatsächlich für kinderlose Erwachsene, letztlich für jeden, der sich in einer gesunden, humanen Zukunft interessiert ist. Es hat eine Schlagkraft, die es aber braucht. Es ist schonungslos für uns Erwachsene, aber dafür schonungsvoll für unsere Kinder. Das müssen wir in Einklang bringen. Es ist das Resultat einer sehr tiefgründigen und intensiven Auseinandersetzung mit unserem Zeitgeist und vor allem ein drängender Appell für eine artgerechte Kindheit. Denn im 21. Jahrhundert, wie Herr Hüther formuliert hat, wird die dringlichste Frage von Kindern und Jugendlichen sein, gibt es ein sinnvolles Leben vor dem Tod? Es hört sich etwas brachial an, aber es geht ja nicht darum, uns selbst zu trösten, sondern das Kind bei Namen zu nennen. Ich darf Michael Hüther heute herzlich willkommen heißen. Vielen Dank. Ich danke für diese Einleitung. Sehr geehrtes Publikum, ich möchte meinen Vortrag hier in Ergolding mit einem Gedicht beginnen. Es heißt Lied vom Kind sein und ist von dem österreichischen Schriftsteller, Poeten und Literatur, Nobelpreisträger Peter Hamke. Das Lied vom Kind sein, vor allem die erste Strophe, wurde 1987 durch den Film »Himmel über Berlin« des deutschen Regisseurs Wim Wenders bekannt und berühmt, für den Peter Hamke auch das Drehbuch schrieb. Nun ein paar Verse aus diesem sehr langen Gedicht »Lied vom Kind sein«. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, wirkte es am Spinat, an den Erbsen, am Milchreis und am gedünsteten Blumenkohl. Und ist das alles und nicht nur zur Not. Als das Kind Kind war, genügte ihm als Nahrung Apfelbrot und so ist es immer noch. Als das Kind Kind war, wartete es auf den ersten Schnee und es wartet so immer noch. Was ist eigentlich Kind sein? Was ist Kindheit? Ein Lied, das immer wieder neu komponiert und getextet wird? Ein Mythos, eine historische Erzählung? Beschreibt das Lied vom Kind sein gar einen evolutionären Zustand? Oder ist das Lied vom Kind sein Jahrzehnten nur noch oder auch ein Rechtsbegriff? Was ist Kind? Wieso ist Kind nicht einfach? Mensch, warum grenzen wir nicht nur rechtlich Kindheit und Kind sein vom Erwachsen sein ab? Wem dient das und war das immer schon so? Angesichts des kollektiven Dramas und Traumas der letzten zwei Jahre, dass fast alle Kinder unseres Kulturkreises im Namen von Corona widerfahren ist, sollten wir uns diese Fragen nach dem, was Kindheit ist oder besser, was aus dem Kind sein geworden ist, immer wieder aufs Neue stellen. Machen wir eine kleine historische Zeitreise zurück zu den Anfängen des Kindseins, als das Kind noch Kind war. 2007 fanden Forscher des Leipziger Max-Planck-Institutes anhand einer Zahnanalyse bei einem Homo sapiens-fossil in Marokko heraus. Die Kindheit, genau das Kind sein des Menschen, dauerte auch vor 160.000 Jahren schon genauso lange wie heute. Das zweite Zahnanalyse erfolgte zwischen dem sechsten und achten Lebensjahr. Das Wertespublikum sah man als Kindheit an und zwar in 99,99 Prozent unseres bisherigen Daseinsformen als Homo sapiens und in ausnahmslos allen Kulturen, der Zeitraum von Geburt bis zum zweiten Zahnanalyse, also dem sechsten, siebten Lebensjahr. Aber ohne, dass irgendjemand in dieser langen Menschheitsepoche von Kindheit als eigenständigen oder abgesonderten Begriff gesprochen hätte. Über 100.000 Jahre bis hinein ins 19. Jahrhundert gab es von kurzen Irritationen abgesehen ein und das längste Kontinuum in der Evolution und Geschichte des Homo sapiens. Bis zur sogenannten Entwöhnung des Kindes, etwa dem sechsten, siebten Lebensjahr, also dem zweiten Zahnanalyse, war es vorbehaltlos, uneingeschränkt und von der Gesamtheit der jeweiligen Kultur und Gesellschaft respektiert, in alleiniger Obhut und Fürsorge seiner Eltern, des Familienverbandes, den intimen Gemeinschaften. Die vollkommen selbstbestimmte Familie war über 10.000er Jahre ein niemals ernsthaft in Frage gestelltes Naturgesetz und Kontinuum, was nicht heißt, dass es für Kinder und Familien jemals nur einfach war. Es gab auch Hunger, Natur und sonstige Katastrophen zu bewältigen. Nach diesem Kindsein in familialen und intimen Gemeinschaften, also nach dem zweiten Zahnanalyse, wurde das Kind, also der Mensch, schrittweise in die öffentliche Gemeinschaft eingeführt. Damit komme ich gleich zum zweiten Begriff meines Vortragstitels, Familie. Denn diese Trennung von Kind und Kindheit, von Eltern und Familie auf der anderen Seite, gab es 10.000er Jahre gar nicht. Das Kind, also der Mensch, das Kindsein war geschützt, umschlossen, quasi eingebettet, von der Familie und intimen Gemeinschaften, die aber nicht nur aus Mutter und Vater bestanden. Die äußeren Bedingungen dieses, nennen wir es, gerahmten Familienbildes waren über 10.000er Jahre bis zum 18. und 19. Jahrhundert in nahezu allen Kulturen. Kein Sippenboss, kein Stammesoberhaupt, kein Dorfältester, kein Medizinmann, kein König, kein Fürst, kein Herrscher, kein Pfarrer oder welche rechtliche Autorität auch immer, hätte es ernsthaft gewagt. Der Kernfamilie ist zur Entwöhnung des Kindes vorzuschreiben, was sie zu tun oder wie sie mit dem Menschenkind umzugehen habe. Der Familie wurde über 10.000er Jahre weitgehend uneingeschränmter Respekt und uneingeschränkte Wertschätzung entgegengebracht, weil man aus Erfahrung oder zumindest intuitiv wusste, diese Wertschätzung ist Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung des Menschenkindes und für die Vollentfaltung seiner Potenzial. Die frei und wertschätzte Familie ist die Voraussetzung, für Kinderreichtum, für eine Gesellschaft und Kultur der Vielfalt, eine Gesellschaft im Balance und mit innerem Zusammenhalt und einer Gesellschaft, die imstande ist, Krisen jeder Art, wie zum Beispiel ökonomische Umweltkatastrophen, Kriege und Ähnliches nachhaltig zu meistern. Dazu nur ein historisches Beispiel. Sie kennen sich oder davon gehört von den Aperigenes in Australien, eine archaische Kultur, würde man im Westen sagen. Die Aperigenes sind die frühesten, was man heute auch aus der Forschung, also schon lange weiß, sind oder waren oder sind die frühesten kontinuierlichen Vertreter des modernen Menschen, also des Homo sapiens außerhalb Europas und existierten dort bereits seit etwa 30.000 bis 40.000 Jahren vor Christus. Als die Engländer 1770 mit Captain James Hook die Ostküste Australiens betraten, lebten etwa 300.000 bis 700.000 Jäger und Sammler in 200 bis 600 Stämmen in familialen Gemeinschaften weitgehend friedlich nebeneinander. Diese menschliche Kultur namens Aperigenes überlebte in diesem Zeitraum auf diesem Kontinent Australien von rund 40.000 Jahren gewaltige Klimakatastrophen, Eiszeiten. Also wirklich, ja, das würden wir nicht mehr aushalten, gewaltige Klimakatastrophen und ihre Zahlen, das ist jetzt das Spannende von den Forschern aus, blieb über zehntausende Jahre konstant. Konstant. Und, also etwa konstant, bis, und das ist der entscheidende Punkt, die Europäer Kammern. Hier die Engländer, die bis zum 20. Jahrhundert die Aperigenes auf ein paar Hundert dezimiert haben. Oder ein anderes Beispiel. Um ein Gefühl zu kriegen, wie im Laufe der Jahrhunderte. Die sogenannte Patholomäumsnacht ist ein beliebter Vergleich bei Historikern. Die war irgendwann, ja, 1572. Französische Katholiken hatten in den Religionskriegen Europas binnen 24 Stunden in diesem Pogrom der sogenannten Patholomäumsnacht so viele Christen, also andere Christen, umgebracht wie in 400 Jahren, die Römer in 400 Jahren Christen verfolgen. Eine Geschichte, die der Westen auch durch unseres Bildungssystems immer wieder weitererzählt, lautet vereinfacht so, je weiter wir in die Geschichte der Menschheit zurückgehen, desto dümmer, kriegerischer, unterentwickelter, ungebildeter, etc. waren. Aber das ist eine Erzählung. Das ist ein Mythos, der uns immer wieder aufs neue Glauben machen lässt, oder uns glauben lassen soll, dass wir jetzt in der besten aller Zeiten leben. Seitdem wir menschliche Kulturen und Gesellschaften auf diesem Planeten haben, war die Familie in ausnahmslos allen Kulturen entweder geheiligt oder zumindest wertgeschätzt. Als beispielsweise Kaiser Augustus an die Macht kam, war eines seiner ersten Anliegen nicht die Reform des Militärs, sondern des Familienwesens. Wenn ein Kaiser oder König der letzten Jahrtausende auch nur eine entwertende Aussage über Eltern gemacht hätte, wie der seit beinahe zwei Jahrzehnten in der Politik letztlich aller Parteien zur Norm geworden ist, dieser Kaiser oder König hätte keine drei Tage politisch überlebt, auch wenn wir uns das heute nicht vorstellen können. Nur ein Beispiel unter Hunderten. Als vor einigen Jahren in Deutschland die politische Diskussion und das sogenannte elterliche Betreuungsgeld stattfand, fehlen folgende Begriffe durch alle Parteien. Herzprämie, Gluckengehalt, Schnapsgeld etc. Eltern und generell die Familie zu entwerten, ist nicht nur zum politischen Volkssport geworden und nicht nur in Deutschland. Reisen wir aber noch einmal zurück in die alten Familienzeiten. Innerhalb dieses Rahmens, also selbstbestimmte Familie bis zum sechsten, siebten Lebensjahr, wuchs das Kontinuumskind über zehntausende Jahre in folgenden verlässlichen Strukturen auf. Von Geburt an wurde es von seiner Mutter und falls diese kurz nicht verfügbar, von jemand anderen konsequent bis zum Ende etwa des ersten Lebensjahres getragen. In jedem Fall so lange, bis es von sich aus zu krabbeln begann. Zahlreiche Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zeigen, dass Babys, die nicht getragen werden, täglich ein bis vier Stunden, durchschnittlich etwa zwei Stunden, schreien. Beispielsweise in Papua-Neu-Günäa, wo Kinder konsequent getragen werden, wurde ein durchschnittliches Weinen des Säuglings von nur fünf Minuten am Tag festgestellt. Der Kinderwagen war die erste epochale Erfindung für eine Gesellschaft. Des halten sie Abstand. Bei Bedarf wurde das Menschenkind bis zur späten Entwöhnung weitergetragen und emporgehoben. Bei Bedarf heißt, signalisierte das Baby und Kleinkind, nachdem es bereits Krabbeln und Gehen gelernt hatte, dass es getragen oder hochgenommen werden möchte, wurde diesem Bedürfnis durch die Mutter ausnahmslos und unerzögend stattgegeben. Fassen wir das erste Kontinuum der Erfolgsgeschichte Homo sapiens zusammen. Das Menschenkind wuchs in Augenhöhe zu seiner Umwelt und seinen Mitmenschen heran. Oder anders gesagt, die erste Strophe des evolutionären Liedes vom Kindsein lautet Nähe und nicht Abstand. Das zweite Kontinuum der menschlichen Evolution lautet, das Baby wurde so lange gestillt, bis er sich selbst abstillte. Mitstehen ist hier gemeint, dem Kind immer dann die Post zu geben, wenn es danach verlangt und dass er selbst entscheiden kann, wann er sie nicht mehr benötigt. Das bedeutet, dass die Stilberote weitaus länger ist, als die in unserem Kulturkreis mittlerweile herrschende Norm. Kathrin Ted Weiler und Stuart McAdam verglichen Priest-Feeding, Peaculture Perspectives, das Alter des Abstehens in 64 nicht-industrialisierten Kulten und kamen zu dem Schluss, dass der Scheitpunkt kurz vor dem dritten Geburtstag liegt. Der früheste liegt kurz vor dem ersten Geburtstag, der späteste bei etwa fünfeinhalb Jahren. Die zweite Strophe des evolutionären Liedes von Kindsein lautet Liebe und Berührung. Nun noch zum dritten, historischen, ebenso verlässlichen Kontinuum für das Menschenkind. Es schlief von Geburt an in der Nähe seiner Eltern, im gemeinsamen Bett, niemals unbeaufsichtigt und alleine und so lange, bis es von sich aus das gemeinsame elterliche Bett verließ, sich entwöhnte oder entwöhnt wurde. Letzteres erfolgte in der Regel über zehntausende Jahre nicht vor dem sechsten bis siebten Lebensjahr. Der Kontinuumsmensch vertraute bedingungslos der Natur. Und die stellte sich auch und schon gar nicht für das kleine Menschenkind als Schlaraffenland dar. Denn unsere Kinder stammen aus einer Welt in der Nähe und zwar viel davon ihr wichtigster Schutz war. Denn die weiteste Strecke der menschlichen Geschichte leben wir Menschen, Segen und Sammler in der im Übrigen bis heute einzig wirklich demokratischen sozialen Lebensform aller bisherigen Gesellschaft. Die Ur-Erfahrung des kleinen Homo Sapiens ist also in 99% der bisherigen Menschheitsgeschichte bis zu einer sicheren Bindung, bis zu seinen primären Bezugspersonen, bis das Menschenkind von alleine einen gewissen Grad an Selbstständigkeit erreichte, schlief es niemals alleine und es wurden seine emotionalen Bedürfnisse ohne Zügen befriedigt. Kurz, die dritte Strophe des evolutionären Liedes vom Kindsein heißt Vertrauen, Verlässlichkeit und Beziehung. Es ist die Strophe der bedingungslosen Liebe. Dieser Ur-Erfahrung der bedingungslosen Liebe, der bedingungslosen Nähe, des bedingungslosen Vertrauens, dieser Ur-Erfahrung, konnte sich der kleine Sapiens also im Wesentlichen über 160.000 Jahre sicher sein. Für diese Ur-Erfahrung gibt es ein Wort, familiale Sozialisation. Aber was hat uns eigentlich diese altmodische familiale Sozialisation gebracht? Wir klettern nicht mehr auf Bäume. Gut, das wird jetzt manche noch nicht vom Sockenhauen, aber es geht ja noch weiter. In familialer Sozialisation als Kernzelle, als Gesellschaftsform aller Kulturen hat der Sapiens das Feuer gezogen und das Rad erfunden. Das bis heute höchste Kulturgut, die Sprache und damit zusammenhängend unser Gehirn, so wie wir es heute noch haben, haben wir in familialen Gemeinschaften entwickelt, wie auch die anderen großen Kulturgüter wie die Schrift, die Mathematik, die Kunst, die Musik und auch die Wissenschaften. In familiale Sozialisation hat der Mensch die Kanalisation, die Astronomie, staatstorien und schlicht sogenannte Hochkulturen hervorgebracht. Das Dajj Mahal in Indien, die Alamra in Spanien, die Cheops Pyramiden und die Maya Tempel, sie alle stehen immer noch. Während wir heute Häuser bauen, die wir in 50, 60 Jahren entsorgen müssen. Von so unbeschulten, immer noch, hervorgebracht von familialsozialisierten, ungänzlich unbeschulten Gesellschaften. Von so unbeschulten Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus, Mozart und Co. einmal abgesungen und dazu später. Damit kommen wir zum Begriff, zum dritten Begriff meines Vortragstitels Bildung. Bei mir schon auf der Leinwand unter Anführungszeichen gesetzt, beim Plakatenfolter wollte ich noch nicht, dass man es unter Anführungszeichen findet. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhunderts nimmt das größte und jedenfalls folgenreichste Drama der Menschheitsgeschichte seinen Lauf. Hier in Europa beginnt die Geburts- und Erfindung der Erziehung und Bildung beziehungsweise die Beschulung des Menschen. Dazu schauen wir uns ein Bild an, das etwa in der Mitte dieser großen Unbruchsphase der Menschheitsgeschichte steht. Ja, das könnte unter Umständen vielleicht noch bei ihren Großeltern in der Wohnung könnte so etwas Ähnliches noch gehangen sein. Das hängt allerdings im Louvre. Die glückliche Familie oder die Rückkehr von der Taufe, so die deutsche Übersetzung, eine französische Maler, Louis Lenoir, 1593 bis 1648. Wie gesagt, Musee du Louvre, sowas fand mal, oder hängt dort immer noch, in zehn Jahren dürfen vielleicht solche Bilder nicht mehr hängen und so weitergehen. Auf jeden Fall noch hängt es im Louvre und was ist eigentlich das Besondere? Warum hängt so ein Bild im Louvre? Das Louvre ist ja nicht gerade irgendeine Galerie, sondern eines der bedeutendsten Kunstmuseen Europas. Das Besondere an diesem Bild ist, was Sie hier sehen, ist die Reduktion auf das, was wir Kernfamilien bezeichnen. In dieser Epoche, im 15. 16. Jahrhundert tritt überhaupt in Europa in der Kunst das Thema Familie quasi auf die Leinfurt. Davor wurde die Familie überhaupt gar nicht abgebildet. Und ab dem Moment, wo sie abgebildet wurde, wurde sie im Wesentlichen so abgebildet. Später kamen dann noch die Könige und die Kaiser mit Kinder und so dazu, aber die bürgerliche oder bäuerliche Familie. Sie sind Vater, Mutter, zwei Kinder, Großmutter, der Großvater fehlt zum Beispiel schon. Gibt sich ja auch, vielleicht ist er schon verstorben, aber grundsätzlich, dann hätte man ja eigentlich noch dazunehmen können. Hier ist noch ein drittes Kind im Hintergrund, das könnte aber auch vielleicht ein Freund sein, ein Sohn, ein Baby oder Kleinkind. Aber das war keineswegs die familiäre Norm diese damaligen Zeit. Ab diesem Zeitpunkt, bis zum 19. Jahrzehntenhundert wollte man Familie so reduziert sehen. Damit machen wir mal weiter. Was geht in Jahrzehnten und als Jahrhunderten, bevor dieses Bild gemalt wurde, eigentlich voraus? Vor über tausend Jahren setzte sich das Christentum als Religion mehrheitlich in Europa durch und begann Institution zu werden. Die katholische Kirche übernahm zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert nicht nur die geistige, sondern auch die weltliche Macht in Europa. Der zunehmende Klärus in der Hauptsache. Die Bischöfe mussten selbst für die Ausbildung der jungen und immer zahlreich erwerdenden geistlichen Sorgen, die Ausbildung der Priester. Aus den vereinzelten mittelalterlichen Klosterschulen und ein vereinzelte Schulwesen gab es in allen Epochen im städtischen Bereich, auch in der griechischen Artikel, aber wie gesagt, vereinzelt. Aus den vereinzelten christlichen Klosterschulen entstanden nun zahlreich die sogenannten Kollex. In dieser nur im Hinterkopfarmade und in genau dieser Zeit entstand auch noch etwas, was wir bis heute noch mitschleppen, nämlich der Kapitalismus. 1601 oder 1603 wurde die erste Börse, hat die erste Börse eröffnet, aber das nur so am Rande. Sehr geehrtes Publikum, seien Sie sich dessen einmal bewusst, aus dem Priestermangel entstand die Gründung und Urzelle unseres heutigen Schul- und Bildungssystems. Diese Epoche ist zudem gleichzeitig die Geburts- und Erfindung dessen, was wir auch heute noch als Erziehung des Menschen bezeichnen. Denn es ging letztlich in dieser Epoche um nichts anderes, als um je aus jedem jungen Mann, entweder einen Priester oder allgemein aus jedem Menschen einen rechtschaffenden Christen zu machen. Kindererziehung, das zu verdeutlichen, wird in französischer Sprache erstmals in einem Dokument aus dem Jahre 1498 erwähnt. Und in englischer Sprache dritt das Wort erstmals 1530 auf. Bevor das Wort und die Idee Erziehung in spanischen Ländern bekannt wurde, verging etwa ein weiteres Jahrhundert. Noch 1632 spricht der berühmte spanische Dichter Lopé de Vega von Erziehung als Neuheit. Mit der Geburt der Erziehung des Menschen zieht auch erstmals kollektiv die Bewertung und Normierung in das menschliche Verhalten ein, vor allem dem Menschenkind gegenüber. Schicklich oder unschicklich, gut oder böse, richtig oder falsch, gehorsam oder ungehorsam werden im Wechsel der Religionen und Ideologien die zentralen Begriffe für die Erziehung des Menschen. Dazu wurde die Kindheit im modernen und heutigen Sinn erfunden, genau in dieser Epoche. Das Kind ist von nun an per se sündig oder falsch, unerzogen, nicht richtig, faul, unwissend, ungebildet und so weiter. Der Mensch vereinfacht ist seit dieser Epoche und das ist der unter Anführungszeichen geniale Geist, der aus der Flasche gelassen wurde. Der Mensch kommt unrichtig auf die Welt. Das Kind war falsch. Der Mensch war ab dem 16. 15. Jahrhundert durch die Erziehung, durch die Erfindung der Erziehung nicht mehr richtig so, wie er ist. Von nun an musste das Kind erzogen werden. Zu allererst einmal zu einem guten Christen. Im Laufen der Jahrhunderte dann zum tapferen Soldaten, treuen Monarchisten, später Republikaner, gehorsamen Staatsbürger, überzeugten Kommunisten, solidarischen Sozialisten, guten Schüler und eifrigen Konsumenten, bis aktuell zum nicht hinterfragenden Corona-Bürger. Die Liste ist nicht vollständig. Doch das mit der richtigen Erziehung, das mit dem neuen Lied vom Kindsein, dass das Kind anständig, brav, richtig und vor allem gehorsam ist, wollte nicht so recht gelingen. Also zog erstmals in der Menschheitsgeschichte und genau auch in dieser Epoche kollektiv die Gewalt in die Erziehung des Menschen, speziell die des Kindes ein. Die Schulen entwickelten sich über Jahrhunderte regelrecht zu einem Ort des Krauns. Nicht nur Mopping und Denunziation wurden feste Bestandteile des europäischen Schulwesens. Gewalt als Erziehungsmethode zog nun ursprünglich von der Schule ausgehend auch in die häusliche familiäre Erziehung ein. Über Jahrhunderte wurde eine Generation auf die andere teils blutig geschlagen. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Glauben Sie mir, für mich ist als Historiker die letzten zwei Jahre wie im Kino sitzen. Es ist unglaublich, ständig ein neuer, unglaublich entweder dystopischer oder sonstiger Film, der abgespielt wird, mit Reminiszenzen auf vergangene Epochen. Wir können uns das heute schwer vorstellen, aber als in Europa die Schulpflicht versucht wurde durchzusetzen oder zuerst einmal überhaupt die Eltern davon zu überzeugen, dass ihre Kinder doch bitte in die Schulen geben sollen, vom 17. Jahrhundert bis Anfang 19. Jahrhundert gab es in Europa immer wieder und massenweise Schulaufstände. Um überhaupt einmal nur dort hinein zu gehen, wehrte sich der Mensch. Vor allem auch die Eltern weigerten sich, auch wenn wir uns das heute nicht mal vorstellen können. Ich glaube einer der letzten großen Schulaufstände war in England irgendwann 1880 oder 70 oder das ist alles noch nicht allzu lange her mit der Erfindung des Schulwissens und der Erziehung in Europa begann letztlich das, was ich in meinem Buch Kinder als die Domestizierung des Menschen bezeichne. Nun, das historische Spannende oder vielmehr Fatale als die Kirche in Europa vom 18. und 19. Jahrhundert sukzessive die weltliche Macht verlor und ihr Bildungssystem an die nun säkularisierten sprich weltlichen Staaten abgeben musste, haben diese das alte Bildungssystem einfach nur übernommen und nur teils die Inhalte ausgetauscht. Warum eigentlich? Gott ist tot, verkündete der deutsche Dichter. Friedrich Nitsch und die Kirche waren vielen mittlerweile regelrecht verhasst in Europa. Warum also übernahm man deren Bildungssystem? Weil die nun weltlichen Machthabenden eines längst verstanden hatten. Der Zugriff auf das Kind sind die Schlüssel zur Macht. Nie, absolut nie ging es in den letzten 400 Jahren bei der Beschulung des Menschen vorrangig und Bildung nie. Das ist ein Mythos, der Dank unseres Bildungssystems immer und immer wieder aufs Neue erzählt und aufrechterhalten wird. Nie ging es darum, das Kind bzw. Menschen zu einem demokratischen Bürger zu erzählen. Wer keine innerseelische Demokratie im Laufe seines Heranwachsens entwickeln und erfahren konnte, wird später niemals wahrhaft demokratisch sein. Wer das Kind nicht ausreichend Liebe erfahren hat, der wird der Liebe später niemals fähig sein. Wer das Kind misshandelt wird später in irgendeiner Form anderen misshandeln und so weiter und zum Objekt machen. Ein Schulsystem, das nach wie vor heute und vor allem wieder allen Kindern, also den Menschen und das mittlerweile eine ganze verlängerte Kindheit lang bis zum 18. Lebensjahr gleich macht, in seines Selbstberaubts ist per se nicht demokratisch, sondern dem Wesen nach totalitaristisch. Ein etwas ganz Verspannendes, was die wenigsten wissen, wie sie wahrscheinlich wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden so in den 50er-Jahren die sogenannten Familien- und Kinderrechts, die UNO-Konventionen festgeschrieben. Ganz tolle Sachen stehen da drin, zum Beispiel immer noch an allererster Stelle. Im Übrigen, dass die Familie die Kernzelle jeder Gesellschaft ist und vorrangig durch Gesellschaft und Staat schützenswert steht eigentlich immer nur in der Menschenrechtskonvention, auch wenn nichts davon in der gesellschaftlichen Praxis übrig geblieben ist. Papier ist geduldig, bekanntlich, aber etwas Spannendes, also die wurden in den 50er-Jahren festgeschrieben und Kindheit dauerte bis zum 14. Lebensjahr. Was die wenigsten wissen und auch nie groß diskutiert wurde, es gab eine Abwandlung, eine Erinnerung in der UN-Menschenrechtskonvention in den 80er-Jahren, ich glaube 83, 84, so ungefähr. Da wurde Kindheit, der Begriff, auf das 18. Lebensjahr ausgedeckt. Kind ist laut UN-Menschenrechtskonvention, das wissen die wenigsten, von 0 bis 18. Was glauben Sie, warum man das ausgedeckt hat bis zum 18. Eine Frage, ich unterbreche mal ganz kurz meinen Vortrag. Wer hat eine spontane Idee? Wieso soll ein 17-jähriger Kind sein? Also ein 17-jähriges Kind rechtlich wie ein Einjähriger. Bitte? Genau, und zwar hängt es mit der Ausdehnung der Schulzeit zusammen. Es hängt mit der Entrechtung und Entwertung des Menschen zusammen. Wenn Sie bis 18 Jahre keine Rechte kennenlernen, wenn Sie bis 18 Jahre nicht gelernt haben, selbst zu denken, wenn Sie bis 18 Jahre von der Welt weggeschlossen waren, dann werden Sie die restlichen 40 bis 50 Jahre danach auch nicht mehr danach verlangen, vor allem das Entscheidende. In der Neurobiologie weiß man ja schon seit, im Brunnen genommen, seit Jahrzehnten, Jahrzehnten, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns, bis das vollständig entwickelt ist, wesentlich länger dauert, als man das über Jahrhundert oder Jahrtausende gedacht hat. Zum Beispiel im 15. 16. Jahrhundert finden wir ja deshalb an, so früh auf das Kind zuzugreifen, von klein auf das zu zehn, weil man gedacht hat, je früher ist, desto besser. was Hänzchen nicht mehr lernt, lernt Hans nicht mehr mehr. Das wissen wir natürlich heute, ist Unsinn. Aber das war der Geist, dieser Spruch kommt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Und nur ist es nicht so, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns dauert wesentlich länger, nämlich ungefähr so bis zum 19., 20. Lebensjahr. Nur das Fatale ist, wenn ein Kollege von mir, da, Gerald Hütter, der Deutschen Neuerbibologe, da könnt ihr das wunderbar erklären. Wenn da oben das Fatale ist, gewisse Verschaltungen bis dahin nicht mehr passieren, in dem, was wir Gehirn nennen, dann haben sie es sehr schwer in ihrem Leben das nochmal wieder herzustellen. Also die Ausdehnung der Kindheit, das Rechtsbegriff in der westlichen Welt, hat mit Kind Sein und Menschen herzlich wenig zu tun. Abschließend zur Geschichte der Beschulung, Erziehung des Menschen von Beginn der Erziehung und Beschulung des Menschen an, also von Beginn des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Vom 30-jährigen Krieg in Europa 1618 bis 1648 bis zum Abwurf der Atombombe in Hiroshima 1945 gab es in den gut 400 Jahren so viele Kriege, so viele Völkermorden auf diesem Kontinent Europa wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor nicht. Das ist heute ein historisches Faktum. Von den großen Völkermorden der Europäer im Namen von Kolonisation in Afrika und Amerika nur einmal abgesehen. All diese immensen Verbrechen, diese große Zerstörung von Mensch, Kultur und Natur setzt ein und weitet sich aus, seitdem der Mensch erzogen und beschult und angeblich gebildet wird. Darüber sollten wir einmal gründlich nachdenken. Das nächste Bild, bitte, danke. In dem Moment, als die breite Massenbeschulung abgeschlossen wurde, könnte Adidas-Jacke sein. Also im 15. Jahrhundert sind wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht. Wir sind in China der Film-Alphabet 2000, im Jahre 2012 oder 2011. In dem Moment, als die breite Massenbeschulung abgeschlossen wurde, ab dem Moment, wo im Zuge der Industriellen Revolution die weitere Zersplittung des Familienwesens und die vollkommene Entfernung des Kindes, vor allem auch aus dem öffentlichen Raum, dem wirklichen Lebensstatt waren, ab dem Moment der weitgehenden Trennung des Kindes, auch von seiner Familie, Zwecksbildung, Arbeit und so weiter, also zum Beginn des 20. Jahrhunderts erscheinen in Folge auch die totalitaristischen Systeme und Gesellschaften wie Nationalsozialismus und Stalinismus wie Faschismus im Allgemeinen Italien, in Franko, in Spanien etc. Ein neuerlich und trauriger Höhepunkt und einmalig in der gesamten bis reichen Menschheits Geschichte ist das Lied, das eine mit Verlaub normopathische Gesellschaft in den letzten zwei Jahren im Namen von Corona gesungen und erzählt hat. Kinder seien eine Gefahr für ihresgleichen und auch eine Gefahr für die ganze Gesellschaft, vor allem für die Erwachsenen Wir haben erstmals in der gesamten Geschichte der Menschheit den Kinderschutz, also dass Kinder geschützt werden sollen, pervertiert in einen Schutz vor Kindern. Mitverlaubt, das ist Irrsinn. Astrid Lindgren schrieb in den 19, Sie werden sie sicher alle kennen, werden ja alle mal kennen, haben sie alle vorgelesen, bekommen Bibi Landstum und Co. Astrid Lindgren schrieb in den 1940er Jahren in ihr Tagebuch die Welt hat den Verstand verloren. 2020 war es wieder mal soweit. In keiner Menschheitsepoche zuvor haben wir Kinder, in keiner Menschheitsepoche zuvor, ich wiederhole, haben wir Kinder, Kindern alles, absolut alles genommen, Freundschaft, Bildung, Selbstverwirklichung, Freude, Gesundheit, Spaß, Erleben, Beziehung, Gefühle, einfach alles Humane. Und wofür? Damit sie die alten, betagten und schwerkranken Menschen vor dem Tod schützen sollen. Eine Personengruppe, mit denen sie in dieser Gesellschaft, die wir lange vor Corona schon errichtet haben, ohnehin nicht mehr in Berührung kommen. Und vor allem für absolut alle sogenannten Corona-Schutz- Maßnahmen bei Kindern von den Spielplatz- Schließungen Ich war übrigens einer der allerersten, die dazu in einem Artikel geschrieben haben, in meinen Sätzen darüber. Also ich hätte bin mit meinem Sohn spazieren gegangen, ich jetzt noch runterreißen können. Für absolut alle sogenannten Corona-Schutz- Maßnahmen bei Kindern von den Spielplatz- Schließungen bis zum stundenlangen Masken tragen und dreimal wöchentlich Testungen gab und gibt es bis heute keine einzige evidenzbasierte wissenschaftliche Grundlage. Gibt es nicht. Ganz zu schweigen von den Kinderimpfungen. Die aktuellste Zahl, die Chance aus internationalen Auswertungen, Sie werden in Deutschland vermutlich nicht viel davon hören, in Österreich auch nicht. Die Chance bei der Altersgruppe 12- bis 18-Jährigen, dass sie an der MNA- Impfung erkranken, einen gesundheitlichen Schaden, ich rede nicht von dass sie sterben an der Impfung, sondern dass sie Schaden durch die Impfung nehmen, in welcher Form auch immer, ist bei den 12- bis 18-Jährigen 54-mal höher, als dass diese Gruppe überhaupt an diesem Virus erkranken kann. Bei dieser Altersgruppe wohl gemerkt, das ist Evidenzbasiertes wissenschaftliches Fakt, da gibt es Studien aus der ganzen Welt dazu. Gut, diese über zweijährige Ich-muss-es-Dystopie für Kinder und Jugendliche lässt sich nur wie folgt benennen. Pathologie, Zynismus, Entfremdung, Dekadenz und schlicht Menschheitsverbrechen. Erstmals außerhalb von Kriegszeiten wurde eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen grundlos traumatisiert. Das Lied vom Kindsein wurde ersetzt durch Spiel mir das Lied vom Tod. Der dahinter liegende kranke Geist der letzten Jahre, die dahinter liegende Ideologie namens Transhumanismus ist die Kinder- und Menschenfeindlichste aller Epochen. Eines noch, denn das zeigt und beweist die Geschichte wiederholt. Als aus Albtraum Kindheit folgt 20 bis 30 Jahre später im Albtraum Menschheit. Und noch entscheidender, die größten Menschheitsverbrechen speziell der letzten 120 Jahre erfolgten nicht in zivilem Ungehorsam, sondern in zivilem Jehorsam. Abschließend nun das Erfreuliche der letzten Jahrhunderte, speziell für Eltern ermutigende Richtiges Bild, bitte. Der wunderbare dänische Familientherapeut, Autor und ursprünglich, im Übrigen auch Historiker, Jesper Juhl, schrieb vor nicht allzu langer Zeit. Statistisch gesehen hatten vermutlich 80% aller Menschen, die von großer kreativer und konstruktiver Bedeutung für die westliche Welt waren, massive Schulprobleme. Hatten eine mangelhafte Schulbildung oder waren Dyslektiker. Aber das können viele Eltern nicht glauben. Sie bilden sich vielmehr ein, dass die Zukunft von den kleinen süßen Mädchen bestimmt wird, die immer gut vorbereitet sind und stets Hausaufgaben machen, die höflich Danke und Bitte sagen und jederzeit nett und freundlich sind. Aber wenn das tatsächlich unsere Zukunft ist, dann sieht sie düster aus. Gehen wir kurz die letzten 400 Jahre auszugsweise durch. Leonardo da Vinci, das bis dato größte Chemie des Artenlandes unbeschult auf. Keine Selbstverständlichkeit bei seinem familiären Hintergrund. Ebenso Johann Wolfgang von Goethe, der nur zwei Jahre zur Schule ging, ehe ihn seine Eltern häuslich bildeten. Ebenso der große und berühmt gehende Wort in den Naturforscher Alexander von Humboldt, der gänzlich unbeschult und häuslich unterrichtet Aufwuchs. Mein deutscher Naturforscher gibt es jede Menge Denkmäler in Deutschland und Straßennamen zu diesem Alexander von Humboldt. Auch der größte Eisenbahn Pionier aller Zeiten George B. Stevenson oder der größte Erfinder aller Zeiten Alpha Edison wuchsen unbeschallt und familial sozialisiert auf. Alpha Edison war nur kurz in der Schule, ein paar Monate. Seine Mutter nahm ihn aus der Schule, weil der Lehrer von Edison der Mutter gegenüber meinte, aus so einem Idioten wird nichts. Edison Mutter war zwar eine einfache ihr arme Frau, aber voll Würde, Liebe, Verstand und vor allem Konsequenz. wie die Mütter von Hannah Arendt, der berühmten Totalitarismus Forscherin und von Maria Montessori, die als erste Frau Italiens Medizin studierte. Auch Ferdinand Borsche und Rudolf Dichsel wuchsen krippen und kitafrei auf und bekamen das Butterbrot von ihren Müttern höchst persönlich geschmiert. Karl Marx kam durch seine Eltern bewusst erst mit zwölf Jahren zur Schule, bewusst, denn da zu dieser Zeitpunkt war die Totalbeschuldung im Bürgertum längst Normalität. Und man kann über die eine oder andere Theorie zu Recht heute im Karl-Marx-Werk streiten, aber eines kann nicht sein, dass der nur vier Jahre zur Schule gegangen Karl-Marx ungebildet gewesen wäre. Jedenfalls die Liste der familial sozialisierten Persönlichkeiten auch die letzten 200 Jahre ist lang. Andererseits Stalin wurde von Vater und Mutter geschlagen und zur strengen Klosterschule gezwungen. Hitler wurde zweimal in der Schule zurückversetzt und von Kindern gedemügt und geschlagen, häuslich wie schulisch. Auf der anderen Seite die beiden größten Freiheitskämpfer der Geschichte. Mahatma Gandhi und Nelson Mandela hatten liebende, förbende und stützende Eltern. Und eines der spannendsten Dinge, die nicht Absicht meiner für Kindheit sechs und sieben oder über zehn Jahre investitiv recherchiert, vier Jahre reiner Schreibprozess und einer der spannendsten Dinge, die in meiner Arbeit zuvor gekommen sind, was mich erstaunt hat, 80% der genannten positiven Persönlichkeiten waren bis zum sechsten oder meistens eigentlich bis zum zehnten Lebensjahr keine Trennungsgitter. Auch darüber könnte man einmal nachdenken. Die Liste der positiven wie negativen Persönlichkeiten Europas ist lang. Alle positiven Persönlichkeiten, die gerade genannten Chemieserfinder, Dichter und Denker, hatten Eltern, die nicht den gerade herrschenden Ideologien und pädagogischen Ratschlägen folgten, sondern ihr Kind weiter das alte, ganz alte und evolutionäre Lied vom Kindsein vorsungen, das von der Nähe Geborgenheit, das von bedingungsloser Liebe und Unterstützung, das von Beziehung statt Erziehung, das Lied des Vertrauens. Liebe Eltern, hier im Raum und auch anderswo, wir brauchen dringlich wieder Pippi Langstrumpf und Michel von Lünebergs. auch die Pioniere der digitalen Revolution, Steve Jobs, Elmas und Co. sind zuerst einmal analog aufgewachsen und spielten in Treik und Gatsch. Wir werden erst wieder Frieden auf Erden haben, wenn ihr wieder in Frieden mit der Kindheit seid. Kann es sein, dass der große Poet Peter Hanke, als er das Lied vom Kind schrieb, hinter den Worten, als das Kind Kind war, etwas anderes gedacht hat und sagen wollte, vielleicht als der Mensch Mensch war und Mensch bleiben durfte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir was trinken. Machen wir eine Pause und dann reden wir in Ruhe miteinander. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Ich habe selten, also schon länger nicht mal ein so ruhiges und aufmerksames Publikum gehabt und ich glaube, dass das nicht nur in der bayerischen Gemütlichkeit liegt. Also ist ja nicht so ohne manches, was ich sage, also war es war mir eine Freude bei Ihnen zu sein und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen und ja, fangen wir an. Wer hat die erste Frage an mich? Bitteschön. Wie kann es sein, dass die Bildung trotzdem bis 7 Millionen Menschen an Alper gibt? Auf diese Welt? Durch die Bildung? Ja, da sprechen Sie mal was zum Thema Beschuldung. Beschuldung hat nichts mit Bildung zu tun. Das habe ich Ihnen heute versucht, mal kurz im großen Bogen mal klar zu machen. Das ist aber auch verstärkt so geworden. Ein ganz spannendes Forschungsergebnis dazu, kurz. Das ist schon länger her gefühlt 20 Jahre, also bevor die Analphabetisierungsraten, die in den letzten 10, 20 Jahren in Böden steigen und noch steigen. Also das ist ein neueres Phänomen. Da komme ich aber gleich darauf noch zurück, zur Gegenwart. Wollten Forscher, das war ein internationales Forschungsprojekt mit amerikanischen und europäischen Wissenschaften, die wollten einmal wissen, wie es um diese mehr oder Erzählung eigentlich steht, mit der Massenbeschulung sei die Bildung und vor allem die Analphabetisierungsrate zurückgegangen beziehungsweise wie hoch war sie eigentlich davor. Und jetzt komme ich gleich zum kurz zum sprengenden Punkt. Am Ende des 18... vor der sogenannten Industriellen Revolution, also so zwischen 1880 bis 1780 und 1920, also bis dorthin, also in den letzten vor 200 Jahren vereinfacht gesagt, war die Analphabetisierungsrate, also vor der Breiten übrigens auf enkeltigen Durchsetzen der Massenbeschulung, war die Analphabetisierungsrate in Europa ähnlich hoch, wie wir sie jetzt wieder haben, nach 18 Jahren und jetzt ihre berechtigte Frage, wie kann das sein? Und das wäre eigentlich Thema spannend, dass eine eigene Vortrag ist, aber es sind inzwischen mehrere Faktoren. Es ist auch die Digitalisierung die Frühe. Im Übrigen, es gibt ja auch schon Länder wie Finnland oder so, da wird die Handschrift wahlweise können, also die Schulen entscheiden mit Einverständnis, sollen Kinder überhaupt noch schreiben lernen? Ja, ja, Also die tippen gleich von der Grundschule an, tippen die gleich. Zuerst wischen sie und drücken sie halt in der Gitter. Ich war mal in einer spannenden Diskussionsrunde mit dem deutschen Gehirnforscher Neuropiologen Manfred Spitzer, der zwar in den letzten zwei Jahren nicht so römliche Rolle eingenommen hat, egal, aber seine Bücher in Hinsicht der Digitalisierung der Kinder, das ist richtig, seine warnenden Bücher wie Digital und Demenz etc. Wirklich eine Korrifäe. Und er hat einmal scherzhaft in dieser Diskussionsrunde, bei der ich auch mit dabei war, gesagt, wer früh wischt, hat die beste Chancen eine Karriere als Putzfrau zu machen. Es ist wirklich so. Vor allem es gibt ja, es gibt, da gibt es ja, wo hat das angefangen am ersten? Die Digitalisierung die frühe in der Kindheit in den USA. Und da gibt es schon seit langem, bevor er richtig dieser Bumm zu uns gekommen ist und den Babyschrinnen im Kinderwagen. Für mich ist der Gipfel das Wahnsinn, was ich immer wieder sehe hier in Mittelauber, wenn Eltern das Kind im Kinderwagen schieben und dann hat er da drinnen auch noch das Smartphone mit irgendwelchen Figuren und wenn das aus ist, dann startet es automatisch und dann wischt er und drückt er. Das ist Wahnsinn, das ist der Weg in die absolute Verdummung. Es ist einfach so. Und da gibt es Dutzende Untersuchungen, ein Beispiel zum Beispiel an Universitäten, großes über, glaube ich, oder weiß nicht, wie viele Hundert Universitäten, das ich beteiligt habe, haben Studenten mitgeschrieben, die andere angetippt und die dritte Kontrollgruppe hat, was war man, schnell tippen, mitschreiben und, ja, genau. Und die, die das ganz alte klassische mitgeschrieben haben, haben sich am meisten gemerkt. Die dürfen nicht vergessen, wenn ich heute, ich habe heute weit ausgeholt, in dieser vorindustrialisierten und vorgebildeten Zeit, der Mensch hat die Schrift erfunden, dieses Kulturgut. Das heißt, das muss ja im Menschen, im Wesen drinnen liegen, auch wenn das eine oder Kind sich schwer oder leicht damit tut. Und um Schreiben und Lesen zu lernen, brauche ich einmal grundsätzlich keine Schule. Das kann ich immer erwerben. Und es ist einfach wirklich so, dass das Anlage, es werden, heute können Sie ja das, Sie können das Gehirn skennen, Sie können ja schauen, was passiert, Sie können sichtbar machen, im Gehirn durch bildgebende verfallen, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache, Sie können das ja wirklich messen, sichtbar machen. Und ich merke selber zum Beispiel, meine Frau zum Beispiel, die hat aufgehört, Interviews, nicht nur von mir, sondern auch von anderen sich anzuschauen, sondern angefangen anzuhören. Also Interviews auf YouTube, sie ladet die Tonsperr runter und sie braucht sich das an, neben Hausarbeit oder sonst irgendwas, weil sie draufgekommen ist, was aber auch ganz wissenschaftlich ist, weil sie sich dann mehr merkt, als wenn sie schaut. Unser Auge ist das Sinnersorgan, das sage ich jetzt einmal, das Unbedeutendste ist für da oben. Das ist zur Orientierung viel, aber hören und zu Ohren, das ist viel, da passiert wesentlich mehr, also wie gesagt, da können sie Neuropiologen, die können jetzt stundenlang reden, diese Bild, die Reduktion der Kindheit auf Bild, natürlich ist du auch dabei, das ist eine der fatalsten Entwicklungen und sie verhindert vor allem das vernetzte Denken, sie verhindert von unten auf ganz bestimmte Verschaltungen aber das sind alles, diese Digitalisierung der Kinder sind nur einer der Faktoren, warum wir wieder so in einen strukturellen Analphabetismus zurückkommen. Der nächste kommt, die wir im Deutschen schon gar nicht hören, denn unsere Kinder kommen viel zu früh und zu lange in die Gitarre und ins System. Punkt. Eines dazu noch, eine neurologische das war 2015, heute würde das nicht mehr passieren, Bild des Jahres, eine Pressefoto oder irgendwie also Weltweil Bild des Jahres, eine Neurobiologin gelangt das erste Mal mit einem wie nenntem MT, also dieses Gehirnscanning sichtbar machen, der farbliche sichtbar machen, was passiert, in welchen Gehirnregionen wird was ausgelöst. Da ist es gelungen, eine Mutter, die ihr Neugeborenes Baby, das war nicht so, das hat die umarmt und die Mutter hat das Baby geküsst, also ganz neu. Und das ist ein tolles, tolles Bild, ja, und dann gehen die Zentren beim Baby wie bei der Mutter gleichzeitig Südrund gegen genau die gleichen Gehirnregionen an unfreudiger Regeln, und zwar exakt die gleichen. Heute weiß man auch, dass die Mutter, also das Gehirn des Menschen maßgeblich die Mutter, also die von Schwangerschaft an, die Mutter dafür verantwortet, das Kind geht mit der Mutter einfach eine Sympose ein, ist einfach so. Unsere Kinder bräuchten zuerst einmal und für längere Zeit, dass das in unserem Kulturkreis üblich ist, wieder mal Mütter und keine Pädagogen. Man kann nämlich aufmessen, nicht nur die freudigen Erregungen, sie können nämlich auch inzwischen sichtbar machen, wenn sie einem Kind mit Mama auf den Finger schlagen, wenn sie das misshandeln, oder wenn sie ihr Kind mit drei Monate in die Krippe bringen, was dann passiert. Das will ich aber jetzt hier heute, das können sie sichtbar machen inzwischen. Und wenn wir all die Forschungsergebnisse, die wir inzwischen allein aus der Neu-Unden Energie haben, wenn wir die umsetzen würden, dürfte vor drei Jahren eigentlich kein Kind ins System. Vor Jahren, schon 10, 20, 30 Jahren waren ja die ersten Psychologen, die Psychoanalytiker, die herausgefunden haben, was eigentlich an Traumatisierung passiert. Und zudem haben wir jetzt eigentlich auch noch die Neuerung Biologie, die eigentlich uns das sagt, wir sollten das machen, was wir ja bitte wie ich versucht habe sichtbar zu machen, 160.000 Jahre völlig normalen Tätenselbstständigkeit waren. Man hat herausgefunden, dass wir Tätenselbstständigkeit also im Moment sind wir am Weg der Verdummung, vereinfacht gesagt. Und der springende Punkt nicht nur der Verdummung, sondern auch der Entmenschlichung. Und das hängt aber genau damit zusammen. Schauen Sie sich eben die berühmten Persönlichkeiten an. Die hatten liebende unterstützende Eltern, förderte. Das ist das, was für eine Explosion in der Gehirnentwicklung sorgt. Ja, warum aus? Was erlebt denn das Embryo eigentlich im Baum? Es ist bedingungslos, es ist Unterstützung. Das ist ja ein Naturzustand einmal. Und auf den können wir ja nach wie vor Gott sei Dank noch nicht reinkreifen. Und mit dieser Erfahrung kommt jedes Neugeborene auf diese Welt mal auf die Welt und erwartet sich verständlicher Weise, dass sie diese Erfahrung auch im äußerlichen dann weiter erlebt. Solange bis es halt die nötige Eigenverständlichkeit hat. Der Mensch ist ein Liebender und kommt als Liebender auf die Welt. Sonst wären wir alle Terroristen und alle Mörder. Sind wir aber nicht. Das kann nicht in unseren Gegenden liegen. Also da läuft dann bei denen ist einfach was schief gelaufen. Nächste Frage. Damit mich interessiert und zwar schauen wir die ganze Zeit schon das Bild an. Wann bedeutet 6.7? Ich wollte es den Lesern nicht einfach machen. Die 6.7 steht für das 6.7 Lebensjahr. Das war selber für mich eigentlich auch einer der überraschenden Ergebnisse dass man die Kindheit eigentlich über seitdem wir Homo Sapiens Familie sind die Kindheit bis zum zweiten Zahn gesehen hat. Der Mensch war immer auch ein Naturmensch und die Menschen glaubten vielleicht haben sie das intuitiv keine Ahnung dass mit dem zweiten Zahn geht ja offensichtlich eine Epoche eine Phase zu Ende und man war durch Beobachtung oder was auch immer der Ansicht das eigentliche Kindsein endet mit dem zweiten Zahn und es gibt sogar also dann wie in Europa hatte zum Glück früh viele Schriftquellen verschriftliche Quellen und wenn sie so zum Beispiel schauen ich gehe dann in Kindheit 6.7 können sie das nachlesen ausführlich so 14 15 16 17 Jahrhundert so in verschiedensten unterschiedlichen Quellen Traktaten Weisheit etc. spricht man immer immer wieder oder wie dann die angefangen haben das Alter oder die Jugend oder die Kindheitswirk immer fällt das Wort auf zweites Zahn bis das irgendwann dann plötzlich weg bricht bis du Tint zusammen das ist Kind sein das ist Kindheit und das Kind bei uns weit Selbstverständlichkeit bis weit nur was man danach dann gemacht hat wie dann das Kind in die Öffentlichkeit oder aus der Familie heraus eingeführt wird das war in den Kulturen und den Epochen sehr unterschiedlich und Sie dürfen nicht vergessen die Beschulung in Europa hat ja mal die Colleagues von denen ich erzählt habe wie unser Schulsystem angefangen das hat ja mit zehn Jahren angefangen das war von zehn bis 18 und das saßen und zwar auch nicht gleichaltrig sondern zwischen einem elfjährigen wenn der auf dem gleichen Level saß konnte auch ein 15 jähriger sitzen es ging nicht um Alter sondern wer passt zusammen das weiß man ja aus jahrzehntelanger also wie die gleichaltrigen Kindheit eingeführt wurde durch das Schulsystem haben sofort eine ganze Menge von Pestalozzi und Co aufgeschrieben Moment also das ist doch völlig wider natürlich kennen Sie irgendeinen Betrieb wo nur 40-Jährige war der wäre irgendwann bankrott was was passiert denn dadurch wenn ich niemanden mehr habe unter mir und niemanden über mir und vor allem das jetzt schon so lange und jetzt kommen wir zu Gehirnentwicklung die wie gesagt 18-19 Jahre lang dauert ich kann nie aufschauen und ich kann auch nie ein soziales Verhalten entwickeln weil ich kann ihn nicht weitergeben was wir alle oder unsere Urgroß Eltern haben gewusst die Große ist das Beste weil dann habe ich als Vater Mutter am wenigsten zu tun weil die Kinder die Unteren machen sowieso alles nach und ich habe immer wieder auch durch meine Arbeit in den letzten 10 Jahren auch groß den letzten Rest gibt es ja vereinzelt im Sinne Großfamilie von vier bis sechs Kindern das ist ein Wahnsinn also je jünger und je jünger also die schauen hängen sie drauf schauen wenn es weiß man war heute auch wissenschaftlich dass der Mensch nicht lernt indem ich ihm was beibringe sondern durch Beobachtung wie lernen wir die Sprache nicht dass der Pädagoge sagt so jetzt lernen wir Englisch zuerst sehr langen Zeit zu und das eine braucht länger wenn wir nicht eingraufen würden und das andere weniger lang und dann ist so interessant zu sprechen und wie wir bei Ihnen beim Hören waren das Ohr ist eines der wichtigsten Organe überhaupt für die Gehirnentwicklung oder sprechen Albert Einstein zum Beispiel das beste Beispiel der hat mit drei Jahren erst angefangen zu sprechen so ein Kind heute hätte bis du die mindestens zehn Therapeuten unter sich weil ich war ja mit meinen Kindern auch auf Spielplätzen geht er schon schreibt er schon was macht er was der macht das schon und er ist doch genauso alt wie mein Hund es ist nur noch Bewertung Normierung das ist Wahnsinn und ich ich frage mich auch inwieweit nicht auch sehr viele Eltern auch noch bei Verstand sind ja und das einmal hart zu formulieren oder wie diese Intokrinierung einfach auch funktioniert hat ja aber Einstein hatte halt das Glück wie so viele andere berühmte Persönlichkeiten weil damals halt dieser Druck eben auf Familien ja noch nicht war das wollte ich mit meinem Vortrag ja auch sichtbar machen man vertraute man hat gesagt die wissen schon was sie tun und die haben aber eigentlich immer nur das Kontinuum von der vorigen Generation an die nächste Generation weitergegeben bis dann eben das kam in was man Erziehung nennt zum Schluss das Bild mit der Schule in China zum Beispiel es ist völlig egal ob Diktatur oder Kommunismus alle haben das gleiche Schulsystem darüber sollten man auch mal nachdenken China hat das deutsche preußische Schulsystem eins zu eins warum Kapitalismus Kommunismus es ist wurscht seitdem wir dieses Schulsystem haben also erstens einmal so früh und so lange außerhalb der Öffentlichkeit und vor allem die gleichaltrigen Gruppe können sie jede Ideologie in einer Gesellschaft bis in 30 Jahren durchsetzen flächendeckend die katholische Kirche hat tausend Jahre gebraucht bis in Europa die religiöse und weltliche Macht erlangt hat heute geht Religion Ideologie ist sogar immer schneller schauen wir machen wir doch Zeitraffer Gentermittern frühe Sexualaufklärung Corona und die nächste Ideologie und das geht immer schneller die Schule setzt eins zu eins um und die Eltern gebrochen wenn sie das in 17 18 16 Jahrhundert die Eltern hätten sich mit Händen und Füßen gewehrt ihr könnt es irgendwann machen was ihr wollt aber jetzt läuft es mein Kind und mein Kind sein das ist einfach und wenn wir aus der Nummer nicht rauskommen dann schaut es höchst aus und die Zukunft liegt aber meines Erachtens liegt eigentlich an den Eltern also ich darf nicht dran warten bis von oben her da wird nichts passieren da kommt da wird es immer schlimmer ich habe ich habe sie notiert sofort eines noch Sie sehen die nächste eines noch jetzt war Corona Ukraine in Deutschland mir ist zugespielt worden ein Cartoon in irgendeiner deutschen Grundschule da wird es der Russe da gibt es eine Sprechblase das böse Monster der Russe da wird es der Russe Putin ist kein Demokrat das ist aber Merkel auch nicht und Macron auch nicht und vor allem und das ist der strengende Punkt was hat das in einer Grundschule zu suchen nichts da sollen Kinder mal in seiner Freude haben am Lebens ihr Gehirn entwickeln und einfach mal Mensch werden bitte das heißt das heißt das heißt das ist so ja aber das heißt Genau aus diesem Grund, meine Tochter war nur eineinhalb Jahre und hat gesagt, das ist nicht so, ich habe es nur Anstalt und es gefällt mir. Aber wie kommen wir raus aus dem Ganzen? Wir müssen uns der Schuldirektorin stellen, wir müssen uns dem Schulamt stellen, wir sind es ganz genau so. Nur wenn man versucht, es zu verändern, steht man natürlich an der Wand und wir haben nur bekannte Möglichkeiten. Und jetzt sitzen wir hier, weil wahrscheinlich die Menschen, die hier sitzen, die die letzten zwei Jahren gemerkt haben, dass dieses System vielleicht allgemein nicht so gut mit uns meint. Aber das Problem ist, wo sitzen jetzt die Schulleiter, die Direktorin, die Erzieher, um die es eigentlich geht, die vielleicht ja auch ein Stück weit mit verändern können. Vergessen Sie es. Bitte vergessen Sie, haben Sie nicht die Hoffnung, die Schule ist genau nur jetzt dahin zurückgekehrt in den letzten Jahren, wo sie 400 Jahre lang war. Und die kommt dann, es schließt sich ein Kreis, die kommt dann nicht mehr raus. Und wir brauchen es im 21. Jahrhundert auch gar nicht mehr. Noch einmal, es liegt an Ihnen, es liegt an den Eltern. Ich habe das in den letzten zwei Jahren, das ist das Positive daran, das wird nur nicht groß an die Glocke gehängt. Da haben ja viele Eltern gesagt, da ist jetzt diese rote Linie da und haben ihre Kinder rausgenommen, auch in Deutschland. Gehen Sie wieder zurück? Die meisten? Ja, aber trotzdem habe ich ja mal Respekt vor den Eltern, die ihre Kinder mal diesen Schritt, auch wenn sie es jetzt wieder zurückgeben. Nur, erwarten Sie bitte nicht, dass es im Oktober, glauben Sie, dann geht es weiter. Ja, natürlich. Das ist Illusion, das ist Pseudofreiheit, die wir jetzt haben. Aber Sie können sich vorstellen, wir waren jetzt gerade bei der Direktorin vor fünf Tagen, weil wir gesagt haben, unsere Kinder kommen trotzdem nicht. Aber das ist ja ein Unverständnis, das einem entgegen klatscht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil wir ja sowieso schon von Haus aus diese ganzen Maßnahmen hätten mittragen müssen, weil es ja ein Fehler in unserem Denken ist, dass wir da schon nicht mitgespielt haben. Natürlich, es ist Wahnsinn, wie entwertet Eltern sind. Ja, und jetzt kommt, dann kommt der Druck mit Jugendamt und was und so alles andere. Aber wie gesagt, man kann sich nicht vorstellen, vor zwei, dreihundert Jahren, irgendein Kaiser der König oder sonst irgendjemand, wenn der mit Eltern so umgegangen wäre, der wäre am dritten, der wäre auch, der gehängt wäre. Man kann sich das einfach nicht mehr vorstellen. Aber wir müssen, oder? Eigentlich. Ja, es ist, es ist. Aber ich muss ja immer wieder sagen, ich bin vor zwei Jahren oder vor zwei Jahren, wo nur diese Maske angedroht war den Kindern. Da sind wir vom Landratsamt gestanden und waren ein Haufen Eltern dabei und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Und wo waren denn die Eltern eine Woche später, waren die Kinder in der Schule und die Eltern waren weg. Und jetzt ist es genauso. Viele Eltern haben gesagt, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Na gut, dann waren sie dann nach zwei Wochen, waren sie auch wieder besämtigt, weil natürlich können sie es machen, weil zu Hause will sie auch nicht, diese Kinder. Wie schaffen wir es denn, das Bewusstsein dieser Menschen zu verändern, wenn wir schon nicht die Schule und die Lehrer verändern können? Das ist mir klar, weil dieses System ist nicht zu verändern, weil es per se in sich zu verändern ist. Wir brauchen es auch nicht mehr. Auch Corona oder nicht, wir brauchen es im 21. Jahrhundert. Natürlich, wir brauchen freie Kinder und das ist mir ganz klar, weil je länger sie in diesem System drinstecken, desto unfreier werden sie und desto mehr werden sie gedeckelt. Aber mir geht es auch darum, wie schaffen wir das Bewusstsein auch bei anderen Eltern, dass diese Kinder jetzt nicht als Versager gelten, weil meine Tochter, die muss sich jetzt mittlerweile sogar den anderen Kindern stellen, die sagen, hast du noch nie was von Schönflücht gehört? Also, du kommst ja gar nicht aus. Also, die Kinder schon denunzieren. Das sind jetzt nicht nur mir die Eltern, sondern jetzt denunzieren die Kinder. Wobei ich dazu sagen muss, hier in Deutschland, es ist in ganz Europa diesbezüglich am schlimmsten. Also, ich habe ja, ich arbeite ja mehr oder weniger international und auch in Österreich, haben wir mit Kurz und Co. natürlich auch die ganze Davos-Truppe oben gehabt, ist die Nummer auch durchgezogen worden. Aber so brutal. Ja, also Frankreich, das weiß ich durch Familien in Frankreich, die ich persönlich kenne, ist es ähnlich, aber in den Schulen einen Tick besser. Aber wie hier im Schulsystem mit Kindern verfahren wurde in Deutschland die letzten zwei Jahre und wie bei Eltern auf der gleichzeitig behandelt wurden, die gesagt haben, stopp, das geht nicht. Das würde ich, soweit ich es einschätzen kann, die letzten zwei Jahre, das war hier schon brutal. Und ich, 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 es ist eigentlich erschütternd. Es ist erschütternd und es sind die Eltern, die jetzt sagen, Entschuldigung, ich habe meinen Kindern so viel angetan in den letzten zwei Jahren und bis hierher die Rote Linie ist überschritten und nicht weiter. Aber, aber was Sie brauchen, ein Tipp, was Sie sagen, ja, am besten, erstens, Sie müssen einfach, Sie sind die Mutter. Das Gemeine nämlich ist, dass dieses System bildet und nämlich keine Verantwortung übernimmt. Das sagt zwar, was Sie tun sollen oder nichts und wie dumm und unfähig oder sonst irgendwas ist, aber wenn in 15, 16, 17 oder 18 Jahren Ihr Kind nämlich dann Schaden genommen hat, sagt nämlich, dass das System nicht es selber hat einen Fehler gemacht, sondern Sie haben versagt. Aber das, das tue ich ja de facto jetzt schon, also den Fehler mache ich ja. Vergessen Sie es, vergessen Sie es. Ja. Drum das Beispiel mit Edison. Ja, ja. 200 Patente, glaube ich, hat er, also nicht nur Glück, also unglaublich. Ja. Da ging es ja schon los. Sie als Äthernteil, vergessen Sie, Sie sind dumm, unfähig, das wird nicht wir wissen, wie es richtig ist. Nur das Gemeine ist, das wechselt seit 200 Jahren alle 10, 15 Jahre lang, was die Schule nämlich sagt, was das Richtige ist. Ja. Inzwischen sind wir wohl alle paar Jahre. Ja. Und, und dann schauen Sie sich die Eltern an, von diesen Persönlichkeiten. Es ist wie, es klingt so plakativ, aber es ist so, wenn man da mal die vergräbt, und das habe ich über Jahre. Ja. Das waren Eltern, die haben gesagt, okay, du kannst machen, was ihr wollt. Aber ich, es ist mein Kind, und ich habe Vertrauen in mein Kind. Ja. Und die können sagen, machen, was ihr wollt, sie können mich als Schwurbler oder früher was halt irgendwas anderes bezeichnen. Es ist mir wurscht. Es ist hart. Es ist nicht einfach. Ich weiß, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, trotz meiner Bissenretort. Aber mein jüngster Sohn ist auch unbeschuld aufgewachsen. Der hat keinen einzigen Tag im System vertragen. Und obwohl ich ein enormes rechtliches Wissen habe und mich wohl sicher erleichtert wurde in der Argumentation als für ich. Weil wir auch irgendwelche Hanseln in Österreich im Schulsystem gehabt haben, die mir gemeint haben, zu sagen, zu müssen, was ich richtig oder falsch machen soll. Ja. Und der hat zwei Jahre lang keine Maske getragen. Da war, um zu verdeutlichen, was passiert eigentlich, wenn man so aufwächst. Da waren zum Beispiel Situationen, immer wieder auch die letzten Jahre, nur einmal aus Privat, aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch immer noch nicht nur Autor und Wissenschaft, ich bin auch Vater und habe einen Alter auch immer wieder. Ja. Ich stehe nicht nur auf der Bühne. Und da waren immer wieder Situationen, wo ich mit meinem Sohn, der wird jetzt 15, also Corona ist mit 13 losgegangen, ja. Und hat sich verweigert von Anfang an und gesagt, okay, ja kein Problem. Und da gab es dann immer wieder auch Situationen, wo halt dann es ideal gewesen wäre, wenn man eine Maske aufgesetzt hätte, nur kurz, damit der halt da reinkommt. Und irgendeine bestimmte Serie steht, oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, naja, ich meine, das ist nicht mal jetzt für die 10 Minuten oder eine halbe Stunde. Er hat sogar darauf verzichtet. Er hat dieses Rückgrat und diesen Stolz gehabt, dass er gesagt hat, nein, ich gehe da nicht rein mit Maske. Und dann kriege ich das halt nicht. Ist mir wurscht. Und, aber was passiert mit solchen Menschen? Mit denen können, die können sie nicht zu Lohnsklafen machen und so weiter und so fort. Genau, da kann man nicht mehr unterdrücken. Um das geht's. Die letzten zwei Jahre, Entschuldigung, die letzten zwei Jahre sind vor allem auch ein riesengroßes und vielleicht so das größte Sozialexperiment der Menschheit. Meiner Einschätzung nach. Oder ich bin nicht der Einzige, der dieses Wort Sozialexperiment mit dem Moment nimmt. Und es funktioniert auch erstaunlich. Erschreckend. Gut. Aber warum? Wer könnte da und wer ist der Einzige, der das beenden kann? Das sind die Eltern. Kein Tier hat kein Säugetier. Und wir sind ein Säugetier. Geht dermaßen inzwischen grottenschlecht mit seinem eigenen Nachsuchen wie der Mensch. Entschuldigen Sie, wenn ich das sage. Jede Löwenmutter, jeder Bär, alle Säugetiere verteidigen und schützen ihr Kind so lange, je nach Tierart unterschiedlich, bis es selbstständig ist und selbst sich wehren, verteidigen etc. kann. Und das wäre auch die Aufgabe, Funden zu helfen. Die ursächlichste Aufgabe von Elternschaft ist, das eigene Kind zu beschützen. Was ist denn da schief gelaufen, dass die Mütze das nicht mehr können? Das liegt doch in ihrem Instinkt, dass ich mein Kind geschütze und über alles stelle. Das stelle ich ja nicht mal eine Sekunde in Frage. Was ist denn da passiert, dass die Mütze das nicht mehr können? Es liegt an der Generation. Da spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Also ich mache ja auch Elterncoaching und arbeite konkret auch in Elternbegleitung. Und ich sehe das bei den jüngeren Eltern, also wo die Kinder jetzt so zwischen 0 und 2, 3 Jahre alt sind, dass die wieder ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Es ist diese Generation, ich würde mal sagen, vielleicht ist es einfach wirklich, wie so vielen Kulturen, Ausdruck auch von Dekadenz, was wir erleben. Als Sättigung alles drehte sich Jahrzehnte um Konsum, um Karriere, um mein Ich als Elternteil, um meine Selbstverwirklichung und 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 und. Ja, und das Kind wurde für viele Eltern eigentlich ein Status im Buch. Ja. Auch wenn sie das jetzt, die Eltern nicht eingestehen würden. Ja. Und natürlich sehen die auch wieder System. Aber die wollen, die haben Angst um ihren eigenen Status Verlust. Die haben Angst, das, was sie erworben haben, zu verlieren. Es ist Angst. Und nicht vor Corona. Es ist Angst, warum das hier in Mitteleuropa. Schauen Sie doch einmal, wo funktionieren die Maßnahmen, haben die am besten und am längsten versucht. In den Ländern, wo der breite, sogenannte Wohlstand, der Makrelle am höchsten war. Man hätte Lockdown und so auch in anderen Ländern, in ärmeren Ländern. Da war die Revision. Da haben sie, ich weiß nicht, war das Ecuador oder irgendwo, haben sie nach zwei Wochen sofort abgebrochen. Da hätten die Politik nicht überlebt, die Politiker. Also vor allem, die haben hier nichts. Und die haben auch nichts zu verlieren. Es ist die Angst um den eigenen Status. Und mit dieser Angst, das Alte, und das ist das Fatale der letzten zwei Jahre, das Alte zu behalten lassen sich, das sowieso nicht mehr kommt. Und war wirklich in den letzten 30, 40 Jahren alles so optimal? Also ich kann nicht sehen, dass die letzten 30, 40 Jahre so wunderbar und perfekt waren. Im Prinzip müssten wir es machen. Dass wir sagen, okay, lieber Herr Schwab, Sie wollen ein Great Reset, eine neue Nervo-Idee. Super tolle Idee. Machen wir. Das ist höchste Zeit. Aber nicht so, wie Sie das vorstellen, sondern wie wir das wollen. Das wäre das, was wir eigentlich aus der... Wir erzählen die Geschichte von der neuen Normalität. Die, lieber Herr Schwab, die erzählen wir selber. Die krimieren wir so wie unsere großen Vorbilder der letzten 200 Jahre, die die Geschichte von den Menschenrechten etc. erfunden haben. Wir gestalten die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Das wäre die Chance jetzt eigentlich, die es geht, wenn schon der Boot schon oben und wenn dieser Angriff. Ja? Okay, ist halt so. Ja? Aber darauf reagieren und sagen, ja, okay, passt, gut. Aber nicht so, wie machen wir, aber anders. Und ich verstehe nicht, dass diese Chance nicht wahrgenommen wird. Die Chance wird bald wahrgenommen, weil dieser Great Reset nicht funktioniert. Ja. Also die Menschen, die jetzt in diesem System hörig sind, die werden sehr weit gefahren. Dass diese Hörigkeit genau nach hinten losgeht. Also ich bin da sehr optimistisch in dem Sinne, dass diese Gedanken, die funktionieren, und diese Eliten werden nicht. Und das ist das, was in dieser Zeit jetzt passiert ist, dass viele Menschen, wirklich viele, die so denken wie sie und ihre Kinder beschützt haben, die erfahren jetzt, dass es dort wert ist, über was anderes nachzudenken, und vielleicht auch über einen Verlust, Arbeitsplatz oder sonst was, wieder nach vorne zu gehen und anders zu denken und frei zu werden und denken. Und das hat damit zu tun, dieses System. Die Menschen werden jetzt erfahren, dass sie ihre Renten weg sind, ihre Kommissionen, dass das Thema bricht. Und das müssen wir akzeptieren. Ja, das ist auch der Unstand, in Anführungsstrichen, jetzt berichtet. Aber danach wird was Runtes kommen. Wir haben eine Chance. Ja. Einer der Spannendsten, also auch an sich da hinten. Also es haben ja Eltern ihre Kinder rausgegeben und oft Gemeinschaften gebeten. In Italien zum Beispiel, da gibt es ja keine Schulpflicht. Übrigens ist Deutschland das einzige Land in ganz Europa, das eine Schulanwesenheitsgebäude gepflicht ist. Und jeden Demonstranten in Deutschland schimpft man als Neonazi. Diese Schulanwesenheitsgebäude-Pflicht wurde 1938 im Nationalsozialismus durch einen Herrn Rust eingeführt. Punkt. Da schleppt man ein Nazi-Gesetz 70 Jahre lang mit und schimpft jeden Bürger auf der Straße, der sagt zu Recht, so geht es nicht einen Nazi. Ja. Und das Spannende ist, ja, also wie so, aber vergessen Sie es. Letztendlich als Elternteil. Ich habe viel mit Eltern in den letzten zwei Jahren in Berührung bekommen, die eben ihre Kinder, also ich habe sowieso immer sehr viel auch mit Eltern, die ihre Kinder nie im System gehabt haben, aber auch mit Geld, die es jetzt rausgenommen haben wegen den Maßnahmen. Und das war für mich so spannend, ja. Also so die meisten Reaktionen, eines dann aber so unglaublich, wie ruhig und friedlich der jetzt plötzlich ist. Wie kreativ der plötzlich ist, wie und 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 und, ja. Die plötzlich keine großen familiären Konflikte haben. Die frieden im eigenen Heimer. Ja. Weil der springende Punkt ist was. Es gibt, es gibt ein Buch, das ich wirklich empfehlen kann, das ist von John de la Ghetto, einer in Amerika sehr bekannt, oder der berühmteste ehemaliger Lehrer, x-mal ausgezeichnet, war best teacher of New York und 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 und. Also nicht irgendjemand aus dem System, das ist irgendwann an einem Tag ausgestiegen und hat als Rücktrittserklärung ein Buch geschrieben, ein kürzes Büchlein. Das ist das beste Schulkritikbuch, das ist jemals in den letzten 500 Jahren geschrieben worden. Heißt Dumping us down. Die Übersetzung heißt verdummt nochmal. Und er hat kaum ein anderer zu präzise herausgearbeitet. Was ist eigentlich das Problem dahinter bei dieser Schulsozialisation? Das ist, wie es er nennt, der geheime Lehrplan. Das ist das, was einfach mit dem Menschen ohne böse Absichten passiert. Dieses System verformt den Menschen so sehr. Und zwar nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Und darum erleben dann die Eltern, wenn die ihre Kinder eigentlich rausgenommen, aber gar nicht eigentlich, weil die sozusagen auf meiner oder anderer Linie sind, sondern einfach nur als Schulsozialis sagen, jetzt reicht. Und die haben durchwegs die Erfahrung gemacht, boah, wieso ist das jetzt plötzlich so anders? Dauert natürlich ein paar Wochen oder ein paar Monate in der Regel. Aber das ist eine der meisten Erfahrungen von Eltern, die in den letzten zwei Jahren, Italien zum Beispiel, weil die ja keine Schulgebäude, da ging das quer durch die, wirklich in die bürgerliche Mitte rein. Also nicht nur jetzt irgendwelche Freiländer oder sonst irgendwas daheim, die hätten gesagt, es reicht. Und dort zum größtenteil ist es so, die gehen die meisten auch nicht mehr zurück, weil sie Angst hatten, dass das Positive, dass sie jetzt an ihrem Kind sich beiß wieder verschwindet. Es geht hier jetzt inzwischen wirklich um Schaden zu fügen. Wir reden jetzt ja nicht einmal von Interaktionen. Hier werden Kinder seit zwei Jahren, wenn Kinder misshandeln. Es wird ihnen gesundheitlicher Schaden zugefügt. Das ist ja nochmal eine andere Qualität. Mein Dältester hat eine Zwischensäulungskraft in Qualia, ohne Noten. Da hat der Lehrer die Wahrheit gesprochen. Der Schüler ist erst seit einigen Tagen wieder in der Schule und dabei war keine Leistungsfeststellung möglich. Mein zweitgekommener ist in der vierten Klasse. Er hat ein Überbrilzzeuges bekommen mit lauter Sechsen. Also die Besprachung geht jetzt aber auf die Eltern los mit Bußgeld. Also wir haben wir gerade im Moment für 3700 Euro. Seit November bis jetzt muss ich Bußgeld bezahlen für das, dass ich meine Kinder beschütze. Nein, es geht aber jetzt auf die Kinder los, weil die Kinder sich in der Schule rechtfertigen müssen vor den Klassenkameraden. warum sie lauter Zechsen haben. Und dann kommt es, dass sie dann sagen, die anderen Kinder, du bist ja so dumm, du hast ja nichts mehr. Dass aber mein Kind zu Hause, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, an 8000 Arbeit, vollwertige Arbeit macht, wie ein Erwachsener mit einer Maschinerie im Wert von 120.000 Euro unter seinem Arsch, vollwertige Arbeit bleibt. Und vom Leben mehr an und an, wie man eigentlich Lehrer oder Rektor hat. Also wenn Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, ich hake jetzt einmal gleich da ein, wie hat ein Mensch über 160.000 Jahre gelernt, nämlich im wirklichen Leben. Dort lernt man mehr für die Zukunft als in jeder Einrichtung. Man hat ja, wo kommt die Kinderarbeit, das ist ja auch so eine fatale Geschichte in Europa, im 19. Jahrhundert, wie dann diese erste große Industrialisierungsphase war, die Kohlenwerkwerke etc. Da wurde ja die erste große Sprengung des Familiensystems. Da kamen die Eltern, wie die Kinder in die Fabriken, in den Kohlekraftwerken, in irgendeinem Kohlekraftwerk-Museum. Die Schächte waren zu klein. Warum? Weil die Kinder das Ganze rausgeholt haben. Da braucht man nicht so viel Putten wie die Achse. Es geht einfacher. Das heißt, man hat mit Kindern immer nach Belieben in Europa das gemacht, was man gerade gebraucht hat. Und einer der größten Eisenbahnpioniere, George Jefferson, musste mit 14 Jahren in einer Kohlekrube arbeiten. Die Eltern waren so arm, dass sie sich ein Schulsystem die Schule nicht leisten können. Die waren bitter, bitter arm. Der hat in einer Kohlekraftwerke gearbeitet. Dieser George Jefferson, der mit 14 Jahren in eine Kohlekrube gekommen ist, 15 Jahre später war er der größte Eisenbahnpionierter. Das war der größte Geschenk, die Armut seiner Mutter, dass sie nicht in die Schule ging. Die Frage ist trotzdem generell. Welche Möglichkeit brauchen jetzt eben viele Eltern? Einfach machen, ein Problem, das ich immer wieder erlebe. Das Problem unserer Kultur ist Angst, 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 Angst. Und in den meisten Fällen unbegründet. Es ist ja nicht nur die Angst von oben, die geschützt wird, sondern die Angst, sie müssen nun mal als Elternteile ihre Angst überwinden. Und dann wird sie weniger Angst haben, desto besser wird es noch gehen. Und in Gemeinschaft. Weil die Familie, diese Kernfamilie, die gab es in Wahrheit ja gar nicht. Sondern eine Familie war die befreundete Familie im Dorf, das waren die Großeltern, das waren Freunde und Bekannte, die einen unterstützt haben. In der Geschichtsschreibung nennt man das die sogenannten intimen Gemeinschaften. Das war die Kernzelle aller Kulturen. Ob jetzt in Persien, ob im arabischen Raum, ob bei den Indianern ist es wurscht. Die sogenannten intimen Gemeinschaften. Aber mit so einer Gesellschaft, mit denen können sie eben nicht machen, weil die haben Zusammenhalt. Und die können sie bei Not ist oder sonst irgendwas gegenseitig helfen. Aber das ist der Schlüssel. Und das ist der Schlüssel auch für das 21. Wir können die Maschine und den Computer für uns arbeiten, das können wir alles mitnehmen. Aber das ist eigentlich, da müssten wir eigentlich, wir stehen auf einer Epochenscheide. Über Jahrhunderte oder Jahrtausende. Wir brauchen eine völlig neue Art des Zusammenlebens wieder. Und wie wir überhaupt als Menschen leben. Und dazu brauchen wir nichts anderes tun, als unseren Kindern wieder dieses alte Lied von Ditzel geben lassen. Bevor noch es wir geschafft haben, mittels der Genipulation den Homo sapiens, so wie er ist, zu zerstören. Weil er es genau richtig so wie er ist. Über 160.000 Jahre wurde in unser Wissen, in unsere Gene auch Liebe eingeschweißt. Und die Typen, die da oben sitzen, die haben eines nicht kennengelernt. Nämlich Liebe von ihren Eltern. Eines noch. Alles das, was wir heute in Europa an Zugewinn unserer persönlichen Freiheiten bis jetzt genießen und schätzen dürften. Freiheit der Berufswahl und, und, und. Das alles. Kein einziges dieser Menschengrundrechte ist die Idee eines Politikers gewesen. Das haben Menschen in Bewegungen über 200 Jahre erkennt. Das haben wir nur vergessen. Und Menschen zum Teil, die ihr Leben lang, ihr Leben dafür gelassen haben. Freiheit ist in der Geschichte noch nie verloren gekommen. Noch nie. Seitdem wir Herrschaft und Politik haben. Noch nie. Das müssen sie. Und wir alle. Und je mehr sind es. Dann haben die ihre Macht verloren. Die sind so schnell weg, wie sie da waren. Aber dazu müssten wir mal untereinander mal wieder in den Austausch kommen. Und im kleinen Anfang in den Gemeinschaften bilden. Das ist der Schlüssel für die nächsten Jahre und die nächsten Jahrzehnte. Und dann sehen sie, brauchen sie keine Angst mehr haben, dann funktioniert es auch. Was hat sie denn motiviert, nach Italien zu ziehen? Meine Familie in Schutz bringen. Ich habe ja vor, bevor ich jetzt nach Italien gezogen bin, in Deutschland gelebt. In Leipzig. Und weiß, wie in diesem Land mit meinen Kollegen, egal aus welcher Disziplin, verfahren wird. Ich habe zwar nie Anfechtungen oder irgendwelche Probleme gehabt, aber ich bin Historiker. Und du musst halt, also ich wollte mir einfach den Vorwurf nicht machen, meinen Frauen und Kindern gegenüber irgendwann sagen zu können, ich habe den falschen Optimismus. Ja, aber ich würde es interessieren, wie das in Italien dann läuft mit der Beschulung zu Hause. Haben sich da Familien zusammengeschlossen? Weil es wird ja auch Mutter geben, die arbeiten wollen, arbeiten müssen. Also kann man nicht vorstellen, dass jede Mama zu Hause sitzt und jede ein, zwei, drei, wie auch immer. Die wechseln sich ab. Da schließen sich drei, vier Familien zusammen und einmal ist das Kind dann bei der Mutter oder bei der Mutter, wenn die arbeiten muss. So einfach läuft die Geschichte. Die Kinder haben eine Kontinuität, dass sie immer mit den gleichen Kindern zusammen sind, aber halt nur einmal in deren Wohnung oder deren Wohnung. Aber sie müssen sich an starken Lehrplänen orientieren. Also bis vor ein, zwei Jahren. Man will ja, also die Kindheit noch einmal, wie die wenigsten wissen, wurde ja auch 18 Jahre ausgetannt. Wahnsinn, was da passiert ist und dass das nie eigentlich öffentlich diskutiert wurde. Aber das nur nebenbei. Und Italien hat auch vor einem Jahr, glaube ich, jetzt zumindest den Häusli, also die Exzenistenprüfung eingeführt. Bis dorthin gab es überhaupt nichts. Die kriegen natürlich, haben natürlich mitgekriegt, die Abwanderung. Die haben alle Angst, die Schulen sind irgendwo leer. Weil die meisten Eltern eben die Erfahrung haben, oh, es geht auch anders. Und es ist die große Panik. Und da haben wir nicht vergessen, was auch seit Jahren nicht diskutiert wird, dass Europa vor einer demografischen Implosion steht. Europa ist vollkommen überaltert. Etwas, was nicht diskutiert wird. Deutschland ist seit 30 Jahren unter der Reproduktionsrate. Wenn, wie Angela Merkel im Zuge des riesengroßen Flüchtlingsstroms, als damals ja schon, weiß nicht wie lange an Bundeskanzlerin herzlich willkommen gesagt hat, dann vor allem aus einem Grund, weil sie gesehen haben, da kommen viele Kinder ins Land. Das wissen die ja. Es wird noch nicht thematisiert. Aber das funktioniert ja in Italien und Österreich, so ist es ja auch immer schon erlaubt gewesen, der sogenannte häusliche Unterricht. Also seit dem 18. Juni, seit der Einführung der Schulpflicht in Österreich, ist bald auch die Befreiung von der Schulpflicht. Weil, was glauben sie, was hat das aufstrebende, gebildete Gebürgertum gesagt, Moment einmal, und wir gehen mal unsere Kinder da nicht rein. Gegen Bildung haben wir nichts. Und so wurde der häusliche Unterricht in Österreich eingeführt. Und in ganz Europa, und in Italien liegt es sowieso, und das ist ein springender Punkt, wie auch zum Beispiel in England, liegt die Hoheit der Bildung bei den Eltern in der Verfassung verankert und nicht beim Staat. Die Eltern können die Schule als Angebot nutzen. Und es gibt ja nichts dagegen einzuwenden, wenn das System mal anders wäre. Einer der spannendsten Forschungsergebnisse dazu ist, dieses alte Schulsystem hat man herausgebunden, passt für 20 bis maximal 40 Prozent der Kinder. Aber wieso lassen wir die 60 Prozent durch den Rost fallen? Und es ist auch nicht jede Art von Bildung und jede Art von Schule. Manche Kinder sind in Montessori, manche in einer demokratischen Schule, etc. Was wir brauchen, ist einfach nur Vielfalt. Ich habe nie gesagt, dass der Menschen nicht gefördert, gestützt, gebildet werden sollte. Aber wo sind die gebildete, ich kann seit zwei Jahren nicht nur gebildete Menschen sehen, sorry. Also was ist, und vor allem nicht oben. Und mit diesem System, wer erfolgreich dieses System, wer ein Leben lang sich als Objekt gemacht hat, machen lassen und das nie bewusst worden ist, das sind dann diejenigen, die dann oben sind, die das System nach oben spielen und die dann andere zum Objekt machen. Und wie gesagt, noch einmal, wer da ausbrechen kann, also ich würde so weit gehen, im Moment liegt die Zukunft der Menschheit an den und vor allem auch nachfolgenden Eltern. Warten Sie ja nicht, verschwenden Sie keine Energie, dass sich das oben, von da oben was besser wird. Das setzen Sie als falsche Teil. Es geht um Herrschaft. Es geht um Herrschaft, um nichts anderes, um Kontrolle und Macht. In der Nummer da seit zwei Jahren. Natürlich gibt es Corona und natürlich gibt es auf die Endzeit. Es gibt tausende Viren und die gibt es seitdem es den Homo sapiens gibt. Und wenn der Homo sapiens vor tausende Jahren oder vor zehntausend Jahren sich so aufgeführt hat wie wir die letzten zwei Jahre, dann würde es den Homo sapiens schon lange nicht mehr geben. Ohne Bakterien würde es menschliches Leben gar nicht geben. Meine Frau ist Krankenschwester und war vor unserem Sohn 18 oder 19 Jahre schon im System und hat immer noch Kontakt zu Kolleginnen von ihr. Sie ist ja dann mit unserem Jüngsten ja nicht mehr zurückgekehrt. Man muss sich mal vorstellen, wie Sie noch vor 18 Jahren, wenn Sie oder andere Kolleginnen einen Schnupfen gehabt haben oder vielleicht zur Krippe, wenn du dann nicht zu Hause geblieben bist, dann haben aber deine Kolleginnen oder die Chefin auf der Station gesagt, du drückst dich ja noch vor der Arbeit. War da ein Massensterben in den Stationen und Krankenhäusern? Nein. Also irgendwie, da geht es um etwas anderes, machen wir es einfach. Ja, aber bleiben wir bei Kindheit und Verlimine. Gibt es nur eine Frage, ist noch zulässig vor der Bar? Ja, Herr Lütter, Sie haben so wunderbar ausgeführt, wie sich das historisch alles entwickelt hat und jetzt sind wir ja hier in 2022. Und wie ist denn Ihre Vision? Also wie geht es denn in Ihren Augen weiter oder was ist eine große Chance, die sich gerade bietet in der Vielfalt, die Sie gerade angesprochen haben oder vielleicht können Sie da noch ein paar Passagen? Stichwort Vision. Eines lehrt die Geschichte immer wieder. Visionen sollte man niemals der Politik überlassen. Immer dann ist es brutal unangenehm geworden. Und hinter den letzten zwei Jahren steckt ja eine Vision. Aber nicht eine Vision, die wir hinterwickelt haben. Hinter Menschenrechte, Menschenwerte und all diese Dinge steckt auch eine Vision. Aber nicht von Politikern. Und das ist der sprengende Punkt. Ja, ich glaube, wir sollten auch Visionär werden. Ja, wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Vision. Wir müssen alles, wir stehen am Punkt, wo wir wirklich alles aufgeben müssen in der Form. Und würden wir wirklich jetzt sagen, wir lassen los von Kapitalismus, vom Schulsystem, von allen ein, entwickeln jetzt eine Vision für eine humanere und durchaus auch, sag ich jetzt einmal, eine Gesellschaft im Wohlstand und Frieden. Wenn wir das alles aufgeben und loslassen würden, äußerlich würde die neue Gesellschaft gar nicht so viel anders aussehen als die jetzt äußerlich. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die wäre anders. Also wir hätten auch Maschinen, die für uns arbeiten lassen. Warum nicht? Wozu? Weil sie ja uns sind. Verwenden wir doch die Zeit dafür, dass wir unseren Kindern schöne Geschichten erzählen. Ich sage einmal an den Veranstalter meinen großen Dank für die Einladung. Es war mein Vergnügen, hier in Landtag zu sein. Und ich habe schon lange nicht mehr so ein tolles Publikum gehabt. Ich komme wieder. Danke. Dann, wir haben gehört, das war ein Aufruf zum Handeln. Das ist das Wagnis, was es schon immer gab, dass wir nicht wissen, was mit dem Handeln einhergeht. Das ist ein Risiko, was wir immer schon in Kauf nehmen mussten. Und wie Hannah Arendt, glaube ich, sagt, das ist das Wagnis, was im Handeln liegt. Und Politik heißt nicht, das den Politikern zu überlassen, der Missregierung, die wir aktuell haben, sondern dass wir den öffentlichen Raum suchen. Der ist nicht exklusiv den Politikern vorbehalten, sondern in erster Linie uns Menschen. Genau. Das Stichwort bei der Gelegenheit gleich einmal Danke an diese wunderbare, bezaubernde Moderation. Intelligent, sympathisch und einfach perfekt. Hannah Arendt, die berühmte Politarismusforscherin, hat uns ja schon mit auf den Weg gegeben. In einem ihrer Aussagen, alles Politische, das nicht auch gesellschaftlich ist, führt in die Leere. Und alles Gesellschaftliche, das nicht auch politisch ist, genauso. Und ich glaube, dass wir vergessen haben, dass Politik nie in der Geschichte war Politik, die da oben. Wir sind die Handeln und Gestalten. Wir sind ein politischer Körper. Wir sind das Volk. Alle Menschen. Nicht diese ein oder zwei Prozent da oben. Und ich glaube, das ist, und dann hat ja auch immer dann, wenn ja die Gesellschaften angefangen haben, sich zusammenschließen und zu handeln und notfalls auch Widerstand zu leisten, dann ist es besser geworden, nicht schlechter. Und wenn die oben gehandelt haben, ist es immer schlimmer geworden. Es ist einfach so. Muss ich Ihnen als Historiker sagen. Egal, ob man ein Kindheitsforscher ist, ob man ein Historiker wie ganzer ist, der Zeitgeschichte hat oder ob sie die letzten 400 Jahre oder ob sie Militärgeschichte machen. Es ist egal. Das weiß jeder Historiker. Wenn es nur von oben nach unten geht, das war die Hölle für die Menschheit. Ja, lasst uns weiterhin ungemütlich bleiben. Aber wir machen es uns jetzt angenehm, ja. Danke. Dankeschön. Danke. Danke.